Ekibastus in Kasachstan Die Legende sagt, ein Hirte errichtete in der Steppe sein Nachtlager und legte zwei dunkle Steine zusammen, um dazwischen ein Feuer zu machen. Er wusste nicht, dass es zwei Kohlestücke waren. Das ist die Legende, wie Ekibastus entstanden ist. Dort sind die weltgrößten Kohlevorkommen im Tagebau. Es leben dort verschiedene Ethnien, zum Beispiel 50% Kasachen, 36% Russen, 5% Ukrainer, 2,2% Kasachstan-Deutsche und 1% Weißrussen. Das Naherholungsgebiet ist Bayernaul, ungewöhnlich für kasachische Verhältnisse, ein kleines Gebirge in bizarren Felsformationen und malerischen Seen. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Diefeitere Gebete, die wir uns prären, und sch Okay. Untertitelung. BR 2018 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 So, einen schönen guten Morgen. Das hier ist Bayernau, ein bisschen das Hofland. Und wir haben hier ein sehr, wie soll ich sagen, bergähnliches mit kleinen, etwas lichten, aber doch bestehenden Wäldern. Hier und das ist also im Prinzip das, was wir hier hinten sehen können, mit einem See. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018